Ich traf Stella Meyers vor fünf Jahren. Wir sind Freunde geworden. Während der heißen Nächte, erschöpft von der Arbeit des Tages, erzählte sie mir die Geschichte von Jakob Milgram und dem Haus in Berlin. In 1992 to get the family house back with German restitution law. You know the house is going to be sold? Oh really? To whom? I don't know who it is. Stellar verbrachte Stunden mit Lesen und stromerte durch die Stadt. In den frühen Morgenstunden oder spät nachts, offenbarte sich Berlin ihr auf andere Weise, als wenn die Straßen voller Menschen waren. Das ist die Kee, die alte Kee von der Haus in Berlin. Und diese sind die Fotografie von Jakob, als er zehn Jahre alt war. Okay, da ist der Kee will es nicht mehr. Das ist Ihr Haus, glaube ich. Sie sagt, dass es Ihr Haus ist, das auch. Sie sagten, dass es Ihr Haus ist. Untertitelung des ZDF, 2020